Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded, unser Spiel und erstmal Dankeschön Marcel, super Kommentare, gefällt mir sehr. Und ja, beim letzten Mal ist es so, mir ist aufgefallen, ich finde das hier recht schlecht wieder. Ich habe mich also verlaufen, musste einen kurzen Cut machen und das hat mir insgesamt nicht so gut gefallen. Ja, ansonsten, mit Tab ins Menü reinzukommen ist eine tolle Sache, soll aber Probleme bringen und dementsprechend ist es so, ich benutze jetzt einfach mal B und für mich ein völlig neues Gefühl an Menü. Aha, was haben wir denn hier? Ja genau, und die Vorratskiste, die will ich mir heute auch bauen. Beim letzten Mal bin ich an die Grenze gestoßen des Gepäcks, das heißt ich konnte nichts mehr tragen und wir wollen eine Wegmarkierung bauen, denn ich will das mal ausprobieren, wie das funktioniert bzw. ja, ob ich dann meine momentan vorläufige Laborbasis wiederfinde. Oh, eine Laus, sehr schön. Na gut, aber erstmal stellen wir das Ganze jetzt hier auf und das machen wir mit der Maustaste. Okay, einmal zurück im Menü und ja, warum steht da eigentlich Bauen und Superbauen, beides mit E? Also irgendwie, hm, okay. Also E gedrückt halten, dann haben wir scheinbar Superbauen, alles klar, okay. Gut, ähm, dann nehmen wir nochmal E. Okay, aha, dann ist doch das hier das Symbol, was wir brauchen, denke ich mal. Ja, die Farbe ist eigentlich erstmal egal, können wir auch ändern, oder? Ja, ne, die Farbe ist mir eigentlich egal. Dann nehmen wir die. Ja, da sehe ich das Symbol, ein Haussymbol, alles klar, sehr schön. Gut, in der Hoffnung, dass ich das Ganze hier wiederfinde. Sehr schön. Okay, also, was machen wir? Wir wollen Eicheln, also ich. Und da ich mich verlaufen habe, habe ich auf der anderen Seite der Eiche jede Menge Eicheln gefunden. Ich hoffe, ich kann jetzt auch genügend tragen. Wenn nicht, dann mache ich mir auf jeden Fall eine Markierung, sofern ich noch genügend Material dabei habe. Das habe ich jetzt leider vergessen zu gucken. Und, wow, ah, wir können hier drauf laufen, schön. Okay. Dann laufen wir mal. Lauf, 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 lauf. Ja. Na. Auf geht's. Ja, irgendwie. Ja. Auf geht's. Weiter, weiter, weiter. Lauf. Und... Irgendwo hier müssen die Eicheln sein. Genau die Stelle habe ich noch nicht. Und... Dann geht's hier weiter. Und... Ich glaube, ich gehe da lang. Und ich hoffe, ich werde auch nicht angegriffen. Das wäre sehr fatal. Müsste ich jetzt sagen, habe ich gar keine Lust zu. Ich möchte eigentlich nicht sterben. Und... Ich denke, der Piet sieht das genauso. Wo war jetzt die Stelle? Mh... War einmal getunnelt. Ah, der hat's. Sehr schön. Gut, dann nehmen wir drei den Hammer. Ist nicht getroffen. Ich stehe zu hoch. Alles klar. Ja. Jetzt. Nein. Komm, hau ab. So. Na, mit dem Hammer, das wird irgendwie nicht... Und mit dem Speer auch nicht, oder was? Das ist doch... Wieso klappt das nicht? Ah. Okay. Irgendwie... Ja. Na gut. Alles einsammeln. Eichel, Brocken. Hier können wir nichts mehr. Doch da, das nehmen wir auch noch mit. Und das auch. Ja, so viel wie möglich möchte ich heute auch schaffen. In Sachen Rüstung. Nein. Wechsel doch einfach. Was denn los? Und... Schon wieder im Boden versunken. Na gut. Gut. Okay. Scheint also ein Problem zu sein, das weiterhin besteht. Und... Eichel, Brocken. Aha. Mehrere. Schön. Noch eine Eiche. Ja, in Sachen Rüstung versuche ich hier so schnell wie möglich was hinzubekommen. Ah. Erlernen die jedes Mal mehrere? Habe ich die anderen immer nicht gesehen, oder die sind im Boden verschwunden. Na gut. Schauen wir hier noch. Ein bisschen Saft. Ein bisschen Saft. Okay. Saft, Saft. Ja. Das ist doch sehr gut. Und ich denke mal, ich werde hier noch mal eine Markierung bauen. Und ausprobieren, schnell bauen. Funktioniert. Ja. Funktioniert. Jetzt gedrückt halten und das Ding steht komplett, also nicht einzeln. Achso. Die Wegmarkierung brauchen wir natürlich auch noch. Ja. Was nehmen wir denn dafür? Nahrung ist es nicht. Trinken ist es nicht. Ja. Ich würde sagen, vorübergehend nehmen wir das. Oder? Ja. Wir nehmen das. Okay. Gut. Sage ich nicht zu viele Wegmarkierungen habe, hoffe ich komme ich damit klar, dass ich da jetzt einen Diamanten genommen habe. Und darum ist noch ein Brocken. Ja. Hier auch noch. Da sind zwei Brocken. Drei. Drei. Ganz links sehe ich auch noch einen. Ja, ich hatte auch die Kameraeinstellung. Ein bisschen geändert. Achso. Den Deckel brauchen wir auch noch. So. Die Kameraeinstellung ein bisschen geändert. Ich habe die auf 120 Grad gehabt. Eigentlich eine relativ normale Sicht für einen Menschen. Allerdings im Spiel doch ein bisschen, ja, unschön. So ein bisschen Fischaugen-Geschichte sozusagen brauchen wir natürlich auch nicht. Und wie ich gehört habe, von Marcel, das ist sehr schwierig, sich anzugucken, beziehungsweise sehr unangenehm. Also, ich hoffe, das Problem ist jetzt gelöst. Brauchen wir noch mehr Eicheln? Ich gucke einfach mal. Jetzt brauchen wir aber Tab. Erstellen. Rüstung. So, die haben wir schon. Da. Aha. Grobes Seil. Was braucht man dafür doch gleich? Grobes Seil war Pflanzenfaser. So, jetzt sagt er der Marcel auch, ich würde hierüber direkt das irgendwie... Nee, nein, nein, nein und nicht. Hm. So, oder? Aha. Okay. Faserverband. Nee, den brauche ich aber gar nicht. Nö. Grobes Seil. Alles klar. Also, Pflanzenfaser verfügbar haben wir zwei. Dann war das ja eine gute Idee, dass ich da schon mal ein bisschen was gesammelt habe. Und. Dann machen wir uns mal auf den Rückweg. Was? Ah, nein. Trinken. Ja, ich habe es ganz vergessen. Oh, oh. Trinken, trinken, trinken. Komm. Ich brauche Gras. Oder irgendwas anderes. Eine Trinkdose. Eit. Moment. Stopp. Nein. So. Den können wir doch bestimmt... Kann ich nicht verbrauchen? Warte. Ich dachte, den könnte man trinken. Okay, ich muss mich beeilen. So. Wahrscheinlich ist das auch nicht ganz richtig, was ich jetzt gemacht habe. Aber. Ich habe nur 39 Sekunden. Das ist nicht wahr. Kann nicht wahr sein. Komm. Hier muss auch irgendwo... Irgendwo muss auch hier was zu trinken sein. Oh nein. Ich brauche trinken. Eine Trinkflasche. Das geht so nicht weiter. Da ist was. Ja. Uff. Uff. Okay. Ah. Da. Ein Trinkpäckchen. Sehr schön. Gut. Und Pflanzenfaser brauchen wir. Sprössling. Kiesel nehmen wir auch mit. Da haben wir auch noch was zu trinken. Dann klöppern wir das mal runter hier. Und. Lutsch. Da ist er. Luft. Sehr gut. Gut. Okay. Da hinten sehe ich mein Gebäude. Das sieht doch schon gut aus. Also mit den Wegmarkierungen. Das funktioniert soweit. Und. Eine Spinne sollte mir trotzdem nicht in die Quere kommen. Wäre nicht schön. Und. Woh. Jetzt wollen wir auch natürlich noch ein bisschen was schaffen. Ey. Engelieben. Na gut. Da hinten ist eine. Oh oh. Weg hier. Mein ich weiß ja selbst. Dass Spinnen hier locker hochkommen. Im Gegensatz zu mir. Und ich schon wieder hier festhänge. Aber. Solange die uns nichts tut. Tun wir die auch nichts. Hahaha. So. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ah. Bin wieder im Baum. Geht's da lang? Ah. Da ist es. Ja. Perfekt. Wunderbar. Also danach. Das hat schon mal funktioniert. Haben wir was Neues? Können wir was analysieren? Ne. Kein Ausrufezeichen. Ah. Moment. Läuse Honig Tau. Hätte ich den trinken können? Aha. Denke mal. Was war das doch gleich? Ach. Die sieben. Das war keine gute Idee. Okay. Dann. Benutzen wir die Werkbank. Und was wollte ich doch gleich herstellen? Rüstung. So. Robesalm müssen wir erstmal herstellen. Moment. Pflanzenfaser habe ich immer noch nicht genug. Habe ich keine aufgenommen? Okay. Gut. Schade, schade. Habe ich nicht aufgepasst. Da. Mit Pflanzenfaser eine mehr. Das ist gut. Und gleich zur Werkbank. Es wird schon wieder dunkel. Sehe ich gerade. Dann. Space herstellen. Ja. Und was war das? Wurstung. So. Ach nein. Ah. Ja, was ist denn das? Das gibt es doch gar nicht. Habe ich wieder so nicht aufgepasst durch meine Eichen, die ich sammeln wollte? Gut. Also jetzt noch ein bisschen flinker, das Ganze kommt schon. Okay. Haben wir jetzt genug? Ich hoffe, ja. Ach, das guckt man auch gleich hier. Natürlich. So, grobes Seil. Äh, da haben wir erst mal genug. Und. So. Jetzt. Das muss doch jetzt reichen. Ja. Aber die Werkbank brauchen wir trotzdem. Okay. Können wieder zurück. So. Ja, mit der Wegmarkierung, das ist doch echt ganz schick, muss ich sagen. Das gefällt mir. Und die werden wir jetzt herstellen und ausrüsten. Sehr gut. Halt. Wollte ich mir noch angucken. Ja. Okay. Wir haben eine Rüstung. Die langsam immer besser wird. Das heißt. Hm. Das habe ich mir nicht angeguckt. Ja. Verteidigung. Max Gesundheit. Ja. Jo. Gut. Was stellen wir noch her? Wir stellen... Nein, nicht da. Über B. So. Da wollte ich noch diese Kiste herstellen. Und wo tun wir die hin? Leider geht es ja nicht da drin, ne? Okay. Ja. Ja, mit der Basis, das wird noch ein kleines bisschen dauern, würde ich sagen. Also werde ich jetzt heute noch nicht anfangen. Viele nützliche Tipps gekriegt von Marcel. Wo ich bauen sollte, wo ich nicht bauen sollte. Und was mir die einzelnen Stellen bringen. Und jetzt drücken wir mal E. Ja. Okay. Nein, nicht immer hauen. Ah. So. Gut. Was können wir erstmal ablegen? Davon können wir was ablegen, glaube ich. Analysiert. Ja. Und Kuh einlagern. Okay. Das muss ich... Okay. Okay. Gut. Da haben wir jetzt auch einiges. Da würde ich sagen, die lagern wir noch um. Ja. Soll sich ja lohnen. Ich würde sagen, die brauchen wir jetzt erstmal unterwegs nicht. Und hier haben wir auch noch was. Gut. Schnell, schnell, schnell. Okay. Gut. Was wollte ich noch machen? Weiter nach Rüstung gucken. Rüstung. Können wir da auch schon... Nein. Nö. Haben wir noch nichts. Oder nicht genug. Was haben wir noch? Robissal. 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 Okay. Pflanzenfaser holen wir nochmal schnell welche. Und... Seht zu. Dass ich noch eine weitere Rüstung gebaut kriege. Bitte ohne Probleme. Ach ja. Mit dem Gas. Auch sehr hilfreich. Ich brauche so eine Rüsselkäfer. Höh. Aber kann ich schwimmen. Nein. Nein. Hau ab. Ah. Oh nö. Rein da. Rein da. Rein da. Los. Los. Uff. Und? Wie sieht's aus? So. Komm Musik. Weg mit dir. Ja. Mit dem Rüsselkäfer würde ich einen Schnorchel bzw. Gasmaske bauen können. Sehr interessant. Werde ich jetzt aber glaube ich nicht mehr machen. Ich möchte unbedingt noch die Rüstung weiter bauen. Auch sehr mutig. Eben noch die Spinne hier gewesen. Und jetzt laufe ich hier schon wieder lang. Und da wir es dunkel haben und ich keine Fackel habe, die ich nicht gebaut habe, herzlichen Glückwunsch. Gut aufgepasst. Ähm. Komm schon. Ich habe die auch noch ein. Ich habe die alle weggehabt. Okay. Höh. Da hinten ist wieder. Nein. Okay. Schön leise. Na komm jetzt hier. Pflanzenfaser brauche ich. Und da ist wieder eine. Und dann. Höh. Nein. Ja. Nein. Uff. Das war doch eben eine andere, oder? Okay. 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 Ja. Ja. Sie haut wieder ab. Uh. Ja. Mit der Basis hatte ich eigentlich gedacht. Das dauert noch ein bisschen. Aber ich glaube, das werde ich jetzt langsam echt in Angriff nehmen, weil das geht so nicht weiter. Nein. Oh. Na gut. Andererseits. Ich bin ja dann auch außerhalb der Basis. Aber das macht erstmal nichts. Rubbelzall immer noch. Wie sieht es aus? Ah, ich kann nur eins bauen. Oh, nö. Aber. Und. Rüstung. Rüstung. Und mir fehlt immer noch eins. Traum ich doch nicht in der Spinne. Oh, Mann. Okay. Wenn ich da runtergehe, kann ich nicht so schnell flüchten. Das ist nicht gut. Gefällt mir jetzt eben nicht. Ich möchte aber ungern sterben. Sollte ich so oft. Ah, davon reden. Okay. Weiter, weiter, weiter. Nee, hier komme ich doch nicht drüber. Brauche ich noch schnell eine Fackel? Ah, da hinten ist immer noch die Spinne. Oder noch eine. Okay. Das bringt es so nicht. Ab, zurück. Und. Dass ich wenigstens geschützt bin. Und ich glaube, ich sollte hier noch schnell. Einmal muss ich schlafen. So. Dann war es wenigstens wieder hell. Und mir ist zum Glück nichts passiert. Sehr schön. Uff. Gut. Gut, 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 gut. Spinnen seid ihr weg. Endlich sehe ich auch wieder was. Ganz zum Fahrrad. Kommt schon. Nimm auf. Da ist wieder eine. Irgendwie, glaube ich, spawnen die recht schnell nahe. Irgendwie schön. Denn irgendwie, denke ich, eben war doch gerade nichts mehr da. Oder kaum noch. Na gut, es war auch dunkel. Okay. Wahrscheinlich mein Fehler. Und damit komme ich, glaube ich, ganz gut zurecht. Ja, die Übersicht hier. Oder beziehungsweise die Übersicht zu behalten, wo man sich gerade befindet, ist echt nicht leicht. Und jetzt kommt schon grobes Seil. Noch eins. Ja. Gut. Können wir es jetzt endlich herstellen. Ja. Und dann würde ich sagen, auch gleich ausrüsten. Gut. Und. Zurück. Ja. Heute aber auch noch. Jetzt ganz angucken. Ja. Sehr gut. Okay. Nur Verteidigung. Okay, wo sehe ich die Gesamtverteidigung, das ich habe inzwischen? Hm. Set-Bonus. Unknackbar. Okay. Dann würde ich sagen, die beiden brauche ich noch. Und danach kann ich mich dann auch um solche Sachen wie eine Basis kümmern. Wobei ich hier noch... Nee, das machen wir jetzt nicht. Da. Aha. Ah. Aber ich sehe nicht die Gesamtverteidigung. Sehr schade. Was haben wir hier noch? Aha. Nichts. Gut. Okay. Dann lassen wir das. Okay, wunderbar. Hervorragend. Ich glaube, das sollte es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich nicht zu viele Fehler gemacht habe. Und nochmal danke an dem Marcel. Super Kommentare. Weiter so. Und vielleicht auch noch ein paar andere, die einen Kommentar hinterlassen. Wäre auch sehr schön. Ja, ansonsten kleinen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, natürlich einen Daumen nach unten. Ganz klar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.